Ja, der epischste Name. Oh, ein Elf. Guck mal, ein Elf. Klischee-Elf. Da war ein Magier. What the fuck? Orcs. Ich bin zu Hause. Hallo, Orc. Hilf uns, am Ritter vorbeizuschleichen. Gib mir etwas, um diese Orcs umzureiten. Oh, darf ich mir jetzt aussuchen, wenn ich helfe? Also, dann helfe ich natürlich den Orcs. Gibt es das? Unsichtbarkeitsjacke. Hier. Cool. Ich bin ein Magier. Oh, Marke. Ich bin ein Magier. Wow. What the fuck? Was ist falsch mit dir? Leg ich nicht hier... Maske ab. So. Riesiger Paladin. Alter. Ja, das sieht richtig aus. Hat ein Saatstocher dabei. Okay, aber die Unsichtbarkeitsjacke ist cool. So. Hallo, Elf. Gib mir etwas, um den König zu unterhalten. Was willst du? Wo gehst du hin? Geh weg. Da, da ist deine Unterhaltung. Geh weg. Äh. Fackel. Kann da Feuer spucken. Nicht? Alter. Gib das her. Das war nur... Das war nur... Der sieht so dämlich aus. Alter. Danke. Irgendwie konnte man auch so angreifen. Ich weiß noch nicht mehr wie. So. Stirb. Gut. Äh. Was braucht er denn? Ähm. Ich finde, das ist schon Unterhaltung. Okay. Ähm. Ja, das ist Unterhaltung pur. Unterhaltung von... Gut. Äh. Dammit. Njöp. Hallo, Prinzessin. Ich hasse dieses Rüchenkleid. Gib mir etwas stilvolleres zu tragen. Punk-Rocke. Äh. Moment. Ich will die Jacke davon. Lederfett. Eine Leberwurst. Das ist eine Leberwurst. Äh. Geht das? Sabber. Was ist das? Ach, ein Sabberlatz. Wieso? Was? Ich hab's angezogen. Nicht sie. Oh, Moment. Das... War das die? Vielleicht? Ja. Äh. Ich hab die Quest hier gelöst. Glaube ich. Ja. Ich hab die Quest gelöst. Okay. Äh. Sie bekommt natürlich ein... Sie bekommt einen zerrissen... Zerstoßenen. Zensierender Bikini. Was? Äh? Okay, I don't understand. Aber okay. Ich kann damit leben. Das ist kein Problem. Geh wir hoch. Wah. Geh wir halt nochmal hoch. Hallo. Gib uns Waffen, um die Einringen hier runterzuschießen. Äh. Hab ich eigentlich noch meinen Gegenrucksack? Nö. War hier irgendwo. Keine Ahnung. Moment. Äh. Oh. Das sind auch Orks. Was dran? Ist das Mant... Ach, das sind Mant... Oh, ich kann Mantico abschwören. Moment. Scheiße. Ah, das will ich, das ist, was ich wollte. Ich will ein Mantico. Ich sollte immer freundlich dazuschreiben, sonst frisst er mich. Juhu. Ich hab auch einen. Los, Attacke. Aber ihr braucht Waffen, ne? Ihr braucht Waffen. Es tut mir leid, Orks, aber sie brauchen Waffen. Ähm. Ja, was hilft denn so gegen Mantico? Hm. Ihr bekommt natürlich ne... Ihr bekommt ne Pumpkin. Pompon. Nö. Schrotflinte vielleicht? Oh ja. Hier. Oha. Ich hab keinen Heil dran. Es gibt eine Heile. Du hast meinen Mantico angegriffen. Warum? So was macht man nicht. So. Gib mir mal einen Mantico. Los, wir fliegen. Aber da war noch einer. Star Vision. Komm ich denn da rein? Der Seite? Ein Gargoyle. Dupdi-dupdi-du. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was ich getan hab. Aber ich hab die Quest geschafft. Lag wohl am Antigord, der Pumpgun. Der Stein der Weine ist fast fertig. Oh Gott. Fast fertig. Aber ich brauch noch einen Bestandteil, das es schon lange gibt. Äh. Altes Relikt. Sein Bart verloren. Ich find das gleichermaßen beunruhigend wie cool. So. Hilfe einer Exobarm aufhört, damit sie den Schrecken des Königreichs wird. Cool, ich darf Drachen züchten. Das kann ich. Darin bin ich spitze. Mach ich aber gleich. Äh. Wie komm ich eigentlich weg? Wieder. So. Beziehungsweise wo ist die letzte Quest? Oder die letzten zwei Quests? Ich meine... Quest? Ah ja. Oh. Da? Bist du auf den Kerker? Aha. Hey, Minecraft! Duptidupdidu. Da liegt ein fauler Sack. Gib uns etwas, um die Kameraden aus dem Gefängnis zu holen. Gib uns etwas... Was? Stahlkäfig groß. Ähm. Ihr braucht natürlich den... Ihr braucht natürlich den passenden Schlüssel. Türöffner. Siehst du? Er kann damit die Tür öffnen, ohne sie anzugucken. Wo geht ihr hin? So, ihr rennt dahinter. Ich kann das irgendwer spielen, mal wieder. Was wäre denn? Gott, ich sehe so bescheuert aus. Oh, ich bin elf. Ich bin ein elf mit der... Alter, sieht der Bart dämlich aus. Wirf den Bart... Wirf den Bart weg. Nimm die Pumpkanne wieder mit. So. Es wird mir immer noch einer. Stelle. Die ist aber nicht hier unten. Ah, vielleicht... Nee. Ja, der Mantico kann mal da unten bleiben. Ähm... Das geht deutlich schneller aus dem... Oben vielleicht irgendwo? Habe ich was übersehen? Ich meine... Ich kann auch jetzt mal die Quests mit dem Drachen machen. Wer wartet hier noch? Der elf ist schneller, habe ich das Gefühl. Ja. Komm. Diese Baby-Archetechse großer, starker Drache werden, aber sie ist zu gewöhnlich. Mach sie magisch! Na gut. Äh... Objekt-Adjektiv. Feuer fest. Magisch. Och, ich hasse diese... Mächtig. Wundermüdlich. Oh. Das ist ein Feuerdrache. Gib ihm etwas, um den kraftvollen... Das ihm den kraftvollen... Feueratm verleiht. Weitsichtiger, weinender, weissicher, weitsichtiger... Keine Ahnung. Da. Jetzt hat er einen Flammenwerfer gefressen. Huch, I want it. Ich möchte den Drachen. Ich finde das cool mit diesen... Trainiere deinen Drachen. Stell jemand in den Käfig, damit er den Feuerdra... Äh, das mit dem Feuerdrachen auf... Der es mit einem Feuerdrachen aufnehmen kann. Ähm... Schade. Das... Nehmen wir Chuck. Raus mit dir, Chuck. Na gut. Ähm... Natürlich der Feuerwehr, man. Burn it down! You don't burn it! And you killed it! I like you! Der ist grün. Okay. Du hast den Feuerwehrmann getötet. Ich habe einen Drachen erschaffen. Ich bin Gott. Was ist er ähnlich? Ja, wir machen weiter. Geht fast mal cool. Ich weiß jetzt nicht, wo der letzte Ding ist, aber es ist mir auch wurscht. Komm. Gehen wir zurück und zwar... Gehen wir am Friedhof. Grafis irgendwas. Grufthaus, glaube ich.